Das ist die Geschichte von Sascha und Anna aus Berlin. Sie haben einen Nachbarn, Nick, und Besuch aus Amerika, Sam. Die Girls mögen ihn, weil er... Und Nick mag Sam, weil er reich ist. Sam findet es super in Deutschland. Und hier ist die nächste Folge von Extra. Groß, schlank, ein cooler Amerikaner. Wow, fantastisch. Also dein neuer Freund. Vielleicht. Aber kein Wort davon zu Sascha. Du kannst mich Cha-Cha nennen. Sam, du kannst mich ja Cha-Cha nennen. Bus, Schluss, machen. Bis bald, AX. Schläft Sam immer noch? Ja. Sam, guten Morgen. Wach auf. Geh raus aus dem Bett. Süß. Guten Morgen. Guten Morgen. What's up? Sam, ich bin erkältet. Ja, ich auch. You have a cold. Ja. Du bist erkältet. Ja, ich bin erkältet. Ja, wir sind erkältet. Oh, poor girls. Don't give it to me. Cooler Schlafanzug. Hä? Sam, wir müssten mal schnell ins Bad. Psst, Anna ins Bad. Schnell! Guten Morgen. Guten Morgen. Sam, ist heute Carnival? Carnival, ja. Hey Sam, cooles Auto, hey? Hey. Ja, das habe ich zu Hause. Was? Du hast das Auto zu Hause? Ja. Wow. Die Girls müssen dich ja lieben. Die Girls? Nein. Sam, pass mal auf. Soll ich dir was sagen? Das Auto ist echt cool. Ja? Du musst auch cool aussehen. Ich sehe cool aus. Ähm, sorry, äh, nein. Du siehst nicht cool aus. Oh. Hey, aber ich kann dir helfen. Hm? Sam's Klamotten sind eine Katastrophe. Sie sind total altmodisch. Hey, ich gehe mit ihm einkaufen. Aber Sascha, du hast so viel zu tun. Ich gehe mit ihm einkaufen. Äh, ist schon okay. Ich gehe mit ihm einkaufen. Nein. Ich gehe mit ihm einkaufen. Ich habe gesagt, ich gehe mit ihm einkaufen. Ja. Sam, man muss sehen, dass du schnelle Autos fährst. Hi, Girls. Ach, du bist's, Nick. Hallo, Nick. Sam hat mich gefragt, was für Klamotten cool sind. Ha, ach ja? Mhm. Nein. Nein, Sam, hör nicht auf Nick. Hör auf mich. Du musst Designer-Klamotten tragen. Nein, Sam, das ist nichts für dich. Der Cowboy-Look ist viel besser für dich. Nein, nein, eine Lederjacke. Ein Jeans-Send. Ein Tuch und eine Weste. Eine schnelle Maschine. Im Cowboy-Look. Designer-Klamotten. Dance. Ein Tuch und eine Weste. Ein Jeans-Send. Eine Lederjacke. Designer-Look. Cowboy-Look. Eine schnelle Maschine. Stop. Okay, okay, I get the message. I will go shopping. Allein? Aber du brauchst doch uns. Äh, äh. Was willst du denn sagen? Ähm, ich... Wir... Alles klar, Nick macht das schon. Keine Sorge. Also, das ist ein Geschäft. Ich verkaufe und du kaufst. Hä? Ich bin der Verkäufer und du bist der Kunde. 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 Ah, right. Super. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ähm, ich... Ich möchte eine... Ich möchte eine Jacke kaufen. Hose. Hä? Ich möchte eine Hose kaufen. Ich möchte eine Hose kaufen. Sehr gut. Und ein Hemd. Nein, nein. Schuhe. Du musst sagen, ich möchte Schuhe kaufen. Schuhe. Ich möchte Schuhe kaufen. Und ein Schaf für mein Hals. Nein, du meinst einen Schal für meinen Hals. Das hier ist ein Schaf. Ich habe gesagt, ich möchte ein Schaf für mein Hals. Ja. Äh, nein. Ich habe gesagt, ein Schaf für mein Hals. Sam, komm. Wir gehen einkaufen. Nein, geh mit mir. Nein, mit mir. Das ist mein Brief, Freund. Hey, ich habe eine Idee. Wir gehen einkaufen. Ich, du und du gehen für Sam einkaufen. Jeder kauft etwas. Ich kaufe die Schuhe. Okay, ich kaufe die Hose. Nein, ich kaufe die Hose. Okay, ich kaufe das Hemd. Und ich kaufe die Hose. Also gut, gehen wir. Ach, wir brauchen Eier, Äpfel, Hundefutter. Das kaufe ich später online. Äh, ach so, ähm, Eier, Äpfel, Hundefutter? Prima, Sam. Tschüss, Sam. Wir gehen. Und ach, lass die Tarantel nicht rein. Am besten, du antwortest nicht. Mach's gut. Mach's besser. Äh, schon okay. Ciao. Ciao. Schwesterherz, Sam's Klamotten sind total altmodisch. Cooler Schlafanzug. Aber das ist kein Problem. Ich gehe mit ihm einkaufen. Er wird total cool aussehen. Und Anna denkt, der Cowboy-Look ist das Richtige für ihn. Aber ich denke, er braucht eine Lederjacke, wie ich. Im Biker-Look. Es ist ein Biker-Trendy-Cowboy-Look. Ich denke, ich werde so cool aussehen. Total cool. Guten Morgen. Ich möchte ein Schaf für mein Haus. Eier. Ich möchte ein Ei für mein Haus. Mein Service. Room Service. Room Service. Hallo, hier ist die Vermieterin. Die Tarant. Hallo, hallo. Ist da jemand? Hier ist die Vermieterin. Hallo, ist da jemand? Hallo. Hallo, hier ist die Vermieterin. Hallo. 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 Hallo, wo ist Sascha? Wo ist Sascha? Ich bin Sascha. Oh. Ja. Hatschu. Ich bin erkältet. Hatschu. Louis. Hallo. Ein Hund? Ein Hund? Ähm, nein, nein, ähm, Anna. Äh, es ist Anna. Anna ist auch. Tschu. Erkältet. Achso. Na, wir werden schnell wieder gesund. Danke. Na dann, bis bald. Hatschu. Bis bald. Auf Wiederhören. Ich bin Sam. Ich spreche Deutsch. Eier Apfel Hunefutter. Eier Apfel Hunefutter. Ah. Eier. Hallo. Hi. Anna. Hallo. Schau mal, Sam. Das hab ich für dich. Hey. Danke. Was ist das? Probier's mal an. Probier's mal an. Probier's mal an. Probier's mal an? Ja, probier es an. Ah, probier es an. Danke. Wo ist Sam? Im Bad. Dann geb ich ihm das hier. Nein, ich geb ihm das hier. Keine Panik. Ich hab was für dich. Morgan. Komm rein. Ich bin... Sam? 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 So? Deine neuen Klamotten sind hier. Du wirst echt cool aussehen. Cool? Ja, total cool. So viele Apfelsinen? Ich glaube, Sam hat einen gekauft. Online. Aber wir brauchen doch keine Apfelsinen. Er hat's gut gemeint. Eier hat er auch gekauft. Tja, der ist nicht dumm, der Sam. Wie viele Eier sind das denn? Okay. Aber wie hat Sam online eingekauft? Aha. Was? Sam hat zehn Kilo Apfelsinen eingekauft statt zehn Äpfel. Und die Eier? Okay. Eier. Aber zwölf Eier sind doch genug. Sam hat hier zwölf hingeschrieben. Na ja, er hat zwölf Packungen Eier bestellt. Hey Süßer, das sind 144 Eier. Okay. Aber wo ist das Hundefutter? Hey, das ist ja spannend. Okay, I'm ready. Okay. Okay, wir sind schon gespannt. Komm rein. Ta-da! So. How do I look? Äh, das Hemd finde ich gut. Der Sarong sieht doch gut aus. Die Schuhe sind echt cool. Also, sehe ich cool aus? Äh, nein. Ich sehe überhaupt nicht cool aus. Äh, nein, nein. Na dann, gehe ich jetzt einkaufen. Oh, jetzt geht das wieder los. Sam, du kannst nicht alleine einkaufen gehen. Du hast online eingekauft, hm? Ja. Und du hast Apfelsinen statt Äpfel gekauft. Aber Apfelsine, äh, Orangens, äh, sind doch auch okay, oder? Aber zehn Kilo Apfelsinen sind zu viel. Und zu viele Eier. Ah, ja. Sam, warst du schon einmal im Supermarkt? Äh, nein, meine... Und wer ist das? Meine... Deine Dienstboten? Kleine Dienstboten. Verstehe. Oh, and I went shopping today. Me, yeah, I know. Hallo, Joe. Heute haben wir neue Klamotten für Sam eingekauft. Und Sam hat auch eingekauft. Online. Er hat 144 Eier gekauft. Und zehn Kilo Apfelsinen statt zehn Äpfel. Und du hast Apfelsinen statt Äpfel gekauft. Aber zehn Kilo Apfelsinen sind zu viel. Wie blöd. Ah, success? Kind of. Apart from getting oranges instead of apples. And a few too many eggs. Anyway, Nick said it was an easy mistake to make. Sam, wir haben entschieden. Was habt ihr entschieden? Wir zeigen dir, wie man richtig einkauft. Bis zum Umfallen. Sascha und ich sind die Verkäuferin. Und du bist der Kunde. Äh, der Kunde. Ah, yeah. Das muss ich sehen. Okay, ähm... Gute Morgen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Äh... Was möchten Sie kaufen? Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ein Hemd und eine Hose. Ich möchte ein Hemd und eine Hose kaufen. Ich möchte ein Hemd und eine Hose kaufen. Welche Größe? Ähm... Hä? Welche Größe? Äh... I don't know. Dann müssen wir sie messen. Arme hoch. Arme hoch. Arme hoch. Brustum... Brustumfang... 102 Zentimeter. 102 Zentimeter. Hüftumfang... Hüftumfang... 88 Zentimeter. 88 Zentimeter... Und die Beinlänge. Das mach ich. Nein, das mach ich. Das ist Männersache. 94 Zentimeter. Gefällt Ihnen diese Hose? Gefällt Ihnen dieses Hemd? Ja. Das macht 6000 Euro. Okay, ähm. Ehe? Mensch, Sam. 6000 Euro. Das sind etwa 6000 Dollar. Kann ich mit einer Kreditkarte bezahlen? Schätzchen, das ist zu viel. Das ist viel zu teuer. Aber nicht für Sam. Okay, äh. Jetzt geht's los. Ich gehe einkaufen. Viel Glück. Tschüss. Ja, viel Glück. Das wird er brauchen. Wo ist meine heiße Zitrone? Nichts. Hey, bleib cool. Ich komm ja schon. Nick, kannst du meinen Chef anrufen? Ich bin noch krank. Oh, Nick. Sind hier da irgendwo Taschentücher? Ja. Mir geht's so schlecht. Ich kann morgen nicht so nicht gehen. und ich erst. Mir geht's noch viel schlechter. Nick, die Tür! Was? Ich gehe ja schon. Hey, es ist Sam. Na, ist das cool? Wow, Alter. Total cool, Mensch. Ich möchte eine Hose kaufen. Die Klamotten sind super. Ich möchte ein Hemd kaufen. Mensch, Sam. Du bist nicht dumm. Du kannst schon gut Deutsch sprechen. Und ein Paar Schuhe. Ich war allein einkaufen. Ich gehe. Ja, hallo? Das ist die Dachantel. Was meine Erkältung macht? Woher wissen Sie, dass ich erkältet bin? Ja, ich bin erkältet. Ach ja, das habe ich Ihnen heute Morgen erzählt. Wie bitte? Ich weiß nicht. Das ist merkwürdig. Das sind sehr viele Dosen. Ich weiß wirklich nicht. Ja, ich frage Anna. Auf Wiedersehen. Die Zarantel hat gefragt, warum stehen 400 Dosen Hundefutter vor dem Eingang? Sam? Sam? Say hi to Dad for me, Mom. Oh, by the way, do you need any dog food? Nächstes Mal in Extra. Anna flirtet im Internet. Nick und Sam flirten auch im Internet. Und dann gibt es eine große Überraschung. Das dürft ihr nicht verpassen. Also, bis dann. Also, bis dann. Applaus